Hallo Willkommen, ich bin Celia Lafine, ich bin auf dem ersten Server und ja, heute gibt es Infovideos und es gibt zwei Sachen, die ich euch heute sagen will. Erstens, die Hochzeit von Fire und Dark, Dark und Fire und zweitens, Abonnenten treffen und ja, zum ersten, die Hochzeit von Fire und Dark fahren wir hier. Ja, auf diesem großen Berg, auf diesem großen Berg beim ewigen Baum, ja, wir sehen sogar den ewigen Baum da, ja, diesen Berg kann man nicht übersehen, ja, wenn man bei einem ewigen Baum ist und ja, und das ist am übernächsten Sonntag, glaube am 14.09. Und ja, bitte kommt, bitte kommt so viel wie möglich, denn ich mache ein Video und ich hoffe, es kommt viele. Denn, naja, wie ich gerade gesagt habe, mache ich ein Video und alle sollen drauf, machen am Ende ein kleines Ausritt, so ein bisschen Flirtwoche, Flirtwoche Ausritt. Ja, das macht doch jeder, ja, naja, nicht jeder, aber fast jeder. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass ihr alle kommt, wie gesagt. Und bitte abonniert mich und Daumen hoch oder einen Kommentar hinterlassen. Und ja, und bitte, bitte hilft, ähm, und unterstützt bitte, äh, den Kanal von Sophia Gladycake. Sie versucht, schöne Videos zu machen. Sie ist meine beste Freundin in Star Stable. Ja. Viel Glück und viel Spaß in Star Stable. Bis zum nächsten Mal.